Get up, stand up, stand up for your ride. Moin. Tja, vor langer Zeit hatten wir schon mal Nash Paddle. Dann haben wir das ein bisschen sein lassen, weil bei Nash war die Entwicklung bei den Paddeln, obwohl sich viel getan hat in der Form, Outline der Paddelblätter, der Powerfaces, an sich etwas ruhig. Jetzt, seit gut anderthalb Monaten, gibt es neue Nash Paddle. Wir haben sie erstmal getestet. Das ist bei uns üblich, bevor wir irgendwas ins Programm nehmen wollen, fahren wir es. Und wir hatten es beim Suppen und Schnacken dabei, auch andere Supper haben sie gefahren. Wir haben sie mit im Urlaub gehabt, sind sie dort ausgiebig gefahren. Und besonders hervorstechend tut dabei natürlich das Carbon Plus das Neue. Erstmal ist das Powerface und die Outline komplett anders. Sie ist wirklich jetzt state of the art. Das Carbon Plus gibt es in drei Blattgrößen. Und zwar in 80, 85, 90. Wir haben es als 85er getestet. Das war für meine Gewichtsklasse und für Leute so 70 Kilo aufwärts bis so 95 Kilo. An sich die ideale Größe, darüber würden wir dann das größere Blatt empfehlen. Leichtere Leute wären, und das ist der Konjunktiv, wären mit dem kleinen Blatt wahrscheinlich dann besser dran. Das Blatt ist ein bisschen so wie das Lima angehalten. Hat auch eine deutliche Hohlkehle, allerdings zweigeteilt, nicht wie beim Lima dreigeteilt. Funktioniert unter Power super gut. Was es definitiv anders ist als das Lima, ist es hat mehr Druck. Sehr viel mehr Druck. Wir haben es auf dem Wasser gehabt, da hatten wir auch deutlichen Gegenwind. Da hatte ich fast null Probleme, wirklich das Brett gegen den Wind. Es waren so drei Windstärken und das ist relativ schon an der Grenze, wo man stehend paddeln kann, gegen den Wind zu fahren. Im ruhigeren Wasser war es permanent wirklich ruhig. Und man merkte, wie es, ich bin es auf dem Surge gefahren, ich bin es auch auf dem Expedition gefahren und auf dem Glider. Man merkte richtig, wie dieses Paddel, das Brett und man selber daran nach vorne gezogen wurde, ohne dass es jetzt zu hart auf die Schulter ging. Das ist immer das Problem. Habe ich ein Brett, das viel Druck hat, habe ich oft das Problem, dass es irgendwann mir ein bisschen auf die Schultern knallt. Besonders auffällig ist, wenn man genau hinschaut, hier gibt es keine Verbindung. Das ist Monokok. Das heißt, Blatt und Schaft sind aus einem gemacht. Das ist beim Carbon Plus so der Fall. Und was wirklich super angenehm ist, das ist dieser raue Lack, der hier drauf gemacht ist. Der ist nicht zu rau. Er ist genau richtig, damit das Paddel nicht rutschig wird, aber auch keine Schwielen produziert. Der Nachteil, worauf der Hersteller hinweist, ist, wenn man es ein bisschen so zwischen anderen Paddeln liegen hat im Kofferraum, es kann dieser Lack so ein bisschen, wie soll man sagen, optische Spuren kriegen. Aber ich denke, in der Paddeltasche aufgehoben, passiert da gar nichts. Und das hier hatten wir nur mit dem Blade Cover dabei, lag im Wagen. Da ist also nichts dran. Nichts unbedingt für Spaltmaßchaoten, die jedes Kretzerchen als problematisch ansehen. Das Blatt war jetzt viel im Einsatz. Es ist nichts dran. Es kam schon als benutztes Paddel. Wirklich sehr schönes Paddel. Von der Performance her nicht so hochfrequent zu schlagen. Also ich kam mit gutem Speed, mit einer 30er, 40er Frequenz damit sehr gut klar. Anders als das Lima, das dort erst richtig anfängt. Aber auch nicht so hart vom Punch wie zum Beispiel das Enduro. Ich bin es dann gefahren gegen oder im Vergleich dazu mit meinem Sanova Paddel. Das hatte etwas weniger Druck. Ist hier auch ein bisschen kleineres Blatt. War aber wieder angenehmer bei längeren Strecken. Aber für das, was man normal fährt, längere Strecken, also größer 15 Kilometer. Was man normal fährt, muss ich sagen, ein wahnsinnig tolles Paddel. Um die 540 Gramm einziger Wermutstropfen an der Stelle ist, es gibt es nur als zweiteiliges. Als einteiliges würden wir uns gerade das Carbon Plus wünschen. Hat Antitwist-System, lustigerweise mit der Riefe vorne. Da muss ich statisch nochmal prüfen, was denn eigentlich besser ist, hinten oder vorne. Aber es war auch deutlich steifer als das, was Nash bisher immer so hatte. Das war eines der Probleme bei Nash, dass die Paddel sehr weich waren. Alternativ dazu hatten wir das Performance hier in der Alana-Fassung mit dabei. Auch hier dieser Grip mit drauf. Das Paddelblatt unten etwas runder, nicht ganz so steil. Das hatten wir als 80er Größe dabei. Das war für mich den Tacken zu klein in meiner Gewichtsklasse, aber nur den Tacken. Sabine dagegen kam super damit klar. Bisher war es bei den Performance-Paddeln so, dass die sehr weich waren. Da hat sich bei Nash auch sehr viel getan. Und damit hat Nash auf einmal ein Paddel, nicht Monocoque, herkömmliche Bauweise, auf einmal ein Paddel in einem guten Preissegment, das nicht, ja, das Performance verspricht, ein aktuelles Blatt hat. Was aber nicht in dem Bereich von oberhalb von 250 Euro sich bewegt. Und dafür auch vom Gewicht etwas schwerer als das Carbon Plus, aber nun minimal, aber deutlich leichter übrigens als das Tiki-Tik. Insgesamt muss ich sagen, die beiden Paddel haben uns sehr begeistert, weil sie wirklich in diesem Crossover-Bereich angesiedelt sind. Sie sind nicht über die übertriebene Race-Paddel, nicht zu sehr auf Wave ausgelegt. Für die Leute, die mehr ein bisschen Druck auf dem Paddelblatt haben wollen, das Carbon Plus wirklich genial. Also hat mich da ein bisschen begeistert. Ich würde es gerne als einteiliges haben, was es aber nicht gibt. Aber die meisten Leute wollen im Moment noch, und das sind ungefähr 70% aller Leute, ein zweiteiliges Paddel. Es gibt es auch als dreiteiliges Paddel, was ein bisschen widersinnig ist, wenn ich Monocoque habe. Weil ich brauche hier nicht Monocoque zu machen, und dann gehe ich hier mit der Säge ran. Das dreiteilige Paddel werden wir, wenn überhaupt, auf Bestellung besorgen. Wobei ich den Sinn und Zweck des dreiteiligen Paddels nicht verstehe. So. Wie gesagt, Nash wird sich ab nächster Saison, schon jetzt über den Winter, wieder bei uns im Sortiment befinden. Die Paddel sind ab sofort bestellbar. Sehr interessant. Wir hoffen, trotz der Flut, die wir hatten, und den vielen, sagen wir mal, im Moment, so wie es aussieht, verlorenen Stränden, dass wir noch Suppen und Schnacken machen dieses Jahr. Da sehen wir uns. Wenn ihr die Paddel fahren wollt, sagt Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Wasser. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Wasser.